Wir von der Firma Kraus sind Spezialisten im Vereinzeln, Zuführen, Transportieren und Veredeln von flachen Produkten wie Fallschachteln, Beutel, Leaflets und zum Zuspenden in Verbindung mit Kartonieren oder Verbauungsmaschinen. Wir haben uns bei dieser Anwendung für die Firma Blum entschieden, da hier zwei Systeme zum Einsatz kommen. Einmal das Druckspendesystem Blum Leji Air 4050 AC zum Bedrucken der Etiketten und gleichzeitigen Etikettierung der Fallschachteln. Des Weiteren haben wir noch ein HP-Kartuschensystem Blum X8 Jet mit acht Druckköpfen zum direkt Bedrucken der Kartonagen. Somit kann der Kunde wählen, ob er die Kartonagen bedrucken will oder etikettieren. Die Herausforderung bei dieser Lösung war, dass wir einen relativ großen Formatbereich hatten von Kartonagenbreite von 200 mm bis 600 mm in der Breite und in der Länge von 150 bis 350. Somit eine Druckfläche haben von 10 mm bis 108 mm in der Breite. Bei dem Etikettiersystem werden die Etiketten vorgedruckt mit einem Thermotransferdrucker und dann positionsgenau auf die Fallschachteln gebracht. Alternativ haben wir auf der FK-Coding-Line ein HP-XB8 verbaut, auch von der Firma Blum. Bei dem HP-Drucker handelt es sich um ein 8-Kartuschendrucker. Somit können Druckjobs von 10 bis 100 mm realisiert werden. Die Druckdaten, die aus dem ERP-SST stammen, die können sowohl fix als auch variabel sein. Unter Variablen versteht man ein Datum, eine fortlaufende Nummer oder eine Charge. Somit ist es auch für den Endkunden rückverfolgbar. Hier in diesem speziellen Bereich werden Fallschachteln transportiert, die im Automotive-Bereich ihre Anwendung finden. Wir transportieren 3.000 bis 5.000 Stück die Stunde und die Fallschachteln werden entweder etikettiert oder direkt bedroht.